Hallo und herzlich willkommen! Ich präsentiere Ihnen heute mit Freude eine frisch renovierte, lichtdurchflutete Zwei-Zimmer-Wohnung in der traumhaft gelegenen Agnsteinstraße. Diese Wohnung, die sich auf einer großzügigen Wohnfläche von 77 Quadratmetern erstreckt, bietet ein modernes und komfortables Wohnambiente, das perfekt auf die Bedürfnisse anspruchsvoller Mieter zugeschnitten ist. Freuen Sie sich auf diese außergewöhnliche Wohnung in bester Münchner Lage, die Ihnen ein exklusives Wohngefühl und alle Annehmlichkeiten des modernen Lebens bietet. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen und um einen Besichtigungstermin zu vereinbaren. Lassen Sie sich von dieser Traumwohnung verzaubern und machen Sie sie zu Ihrem neuen Zuhause. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!